Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über den Grund des aktuellen Kursanstiegs sprechen, aber eben auch darüber, warum der Bitcoin nicht den Wert 0 erreichen kann. Doch bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen, falls euch dieses Video hier gefällt. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid und auch zukünftig keine Videos mehr verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo dalassen. Und für alle, die bereits verschiedene Kryptowährungen halten, diese aber eben nicht sicher verwahren, ich würde euch hier den Ledger Nano S empfehlen. Den findet ihr hinter dem ersten Link in der Videobeschreibung, womit ihr eben hier eure Kryptowährungen entsprechend verwahren könnt. Das ist ein Hardware Wallet und ziemlich sicher. Ich benutze das Teil selber und bin höchst zufrieden damit. Gut, wir gucken uns jetzt erstmal natürlich die aktuelle Situation an und wir sehen schon auf dem ersten Blick, hier hat sich wieder einiges getan seit gestern. Das Market Cap ist auf 114 Milliarden US-Dollar angestiegen. Der Preis ebenfalls von gestern so 6.200, 6.300 auf 6.600 US-Dollar pro Bitcoin und auch das Volumen ist dementsprechend angestiegen auf 5,6 Milliarden US-Dollar, womit wir ja einfach auf ein Change von plus 5,49 Prozent kommen. Das sieht natürlich auch vom Graphen her sehr, sehr positiv aus, wenn wir uns das hier ansehen, dass wir hier den Dip bei ungefähr 5.700, 5.600 hatten und jetzt entsprechend knapp um 1.000 Dollar wieder nach oben gegangen sind. Und wir haben natürlich weitere Kryptowährungen, die davon natürlich wieder beeinflusst werden in gewisser Weise. Ethereum zum Beispiel hat ebenfalls 5,95 Prozent dazu gewonnen. EOS 12,39 Prozent. Wir haben IOTA zum Beispiel auch mit 12,63 Prozent. Also wir sehen hier ist wieder viel Bewegung im Markt und auch die Bitcoin-Dominanz hat sich auf 42,1 Prozent weiter gesteigert. Und wir hoffen natürlich auch, dass es weiterhin so spannend und so positiv bleibt, dass wir wieder die 7.000 Dollar knacken und dass wir dann wieder Richtung 10.000 Dollar steigen. Das ist, denke ich, die Hoffnung jedes Anlegers. Und alle, die eben den günstigen Dip quasi mitgenommen haben, um eben in den Markt einzusteigen, die werden dann jetzt schon gute Profite gemacht haben und auch zukünftig hoffentlich deutlich bessere erwirtschaften. So und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, woran das Ganze hier liegen kann. Wir haben hier einmal den Artikel von wallstreet-online.de, auf dem hier so ein bisschen grundsätzlich über die Bewegung in den letzten Tagen gesprochen wurde. Da ging es einmal natürlich um den Dip, der hier besprochen wird und dann eben jetzt wieder um den Kursanstieg. Und hier wird zum Beispiel eine positive Nachricht aus der Schweiz genannt, warum das jetzt entsprechend positiv sich entwickelt haben könnte. Da haben nämlich die Financial Times und das Handelsblatt berichtet, dass die Länder bzw. das Land Schweiz grundsätzlich allen Kryptounternehmen den vollen Zugang zu Bankdienstleistungen ermöglichen möchte. Das soll wohl nächsten Montag passieren und dadurch kann es natürlich ein sehr, sehr steigendes Interesse eben an dem ganzen Produkt geben und natürlich auch mehr Akzeptanz gefördert werden. Natürlich haben wir dadurch weitere Menschen, die eben sich an dem Thema dann eben beteiligen, sich daran faszinieren lassen und so weiter, die eben einfach sagen, okay, das ist jetzt etwas, was vielleicht in der einen oder anderen Art und Weise hier beworben wird, was sehr interessant klingt. Und womit ich mir halt auch entsprechende Renditen natürlich auch verspreche und daher gucke ich mir das ganze Thema mal an und investiere dann sogar Geld. Und Schweiz ist jetzt nicht das allergrößte Land, aber es könnte ein Vorreiter für Europa sein, für den europäischen Raum sein, um hier eben auch zu zeigen, dass man hier in die richtige Richtung gehen kann, um eben Unternehmen, die den Fokus auf den Kryptomarkt gelegt haben, eben zu unterstützen, voranzukommen. Also eine sehr, sehr positive Entwicklung hier. Wir haben ja in der Vergangenheit schon relativ viele regulatorische Organe mitbekommen, die hier in den Markt eingegriffen haben und meistens sind die News, die wir dazu dann bekommen haben, relativ negativ gewesen. Hier haben wir aber eine positive Meldung, weil sich jetzt hier eine Regierung positiv oder beziehungsweise wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und entsprechend entdeckt hat, dass es tatsächlich eine gute und positive Möglichkeit ist, hier eben das entsprechende Land beziehungsweise auch das Banking und die Finanzwelt voranzubringen. Außerdem haben wir als zweites eben die Frage beziehungsweise die Aussage, dass der Bitcoin niemals auf den Wert Null sinken kann. Das ist natürlich auch gewagt in gewisser Weise, denn wir haben ja quasi niemals die Garantie, dass der Bitcoin nicht tatsächlich auf den Wert Null sinken könnte. Ob das tatsächlich passiert, das werden wir vielleicht nie erfahren. Falls doch, dann ist es natürlich schade. Wir haben, und darum geht es so ein bisschen in dem Artikel, zwei verschiedenen Lager, die sagen, dass der Bitcoin durch die Decke schießen wird und die anderen, die eben sagen, dass der Markt auf Null sinken wird, auf den Wert Null sinken wird. Und die beiden, die kämpfen so ein bisschen gegeneinander. Wir haben vor allem immer in dem Zeit oder zu dem Zeitpunkt, als der Markt eben boomte, beziehungsweise auch die Kurse boomten, haben wir natürlich viele Pessimisten im Markt gehabt, die eben gesagt haben, nein, das ist natürlich alles hier schlecht und der Markt beziehungsweise der Kurs wird wieder sinken und so weiter. Natürlich haben sie auch so ein gewisses Eigeninteresse natürlich daran, dass ein Kurs weiter fällt, um eben auch entsprechend die Möglichkeit zu haben, sofern sie eben von dem Produkt eben überzeugt sind, in den Markt einzusteigen, zu investieren. Und das ist eben etwas, was hier auch großspurig so besprochen wird. Letztendlich, und das muss man nun mal auch sich vor Augen halten, ist der Bitcoin nicht einmal zehn Jahre alt. Und es gibt niemanden, der prognostizieren kann, ob in den nächsten zehn Jahren der Preis auf 100.000 Dollar ansteigt oder ob er eben auf Null sinkt. Das wird niemand wissen können zum jetzigen Zeitpunkt und das wird auch niemand in fünf Jahren wissen können. Aber es ist dennoch immer sehr interessant, hier die eigenen oder die ganz verschiedenen Spekulationen einfach zu sehen, sie miteinander zu vergleichen und dann eben seine eigene Meinung daraus resultieren zu lassen. Und wir haben hier den Dr. Doom, der hier auf Twitter zum Beispiel auch davon gesprochen hat, dass er hier nachdem der Kurs auf 6.000 Dollar beziehungsweise dann auf 5.000 Dollar in dem Bereich jedenfalls gefallen ist, dass eben die ganzen Hodler und so weiter natürlich ihr ganzes Kapital verlieren werden. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr gewagt, das Ganze so auszudrücken. Ihr habt natürlich auch weitere Unterstützer, hier zum Beispiel wird Joey Davis genannt, der eben auch sagt, dass er es sehr wahrscheinlich hält, dass der Bitcoin auf Null fällt. In den meisten Fällen gibt es zwar viele Personen, die vielleicht aber auch aus den Bankengeschäften und so weiter kommen, die sich extrem negativ gegen den Bitcoin äußern. Da verstehe ich natürlich auch die Aufregung, weil man natürlich hier in gewisser Weise auch eine Konkurrenz zum normalen Fiat-System eben wahrnimmt und man eben nicht auf dem Abstellgleis irgendwann landen möchte. Von daher wettert man einfach gegen das, was eben gefährlich für einen ist und möchte dazu oder beziehungsweise dadurch dann entsprechend Gegenbewegungen natürlich anfachen oder eben voranschreiten lassen. Das funktioniert in den meisten Fällen nicht. Die ganz Klugen darunter sagen aber eher, dass der Bitcoin vielleicht nicht ganz so gut funktioniert, aus vielen verschiedenen Gründen. Zum Beispiel eben, weil sie sagen, dass der Markt manipuliert wird oder weil es eben eine Vermögenswertblase ist oder weil es eben keinen Eigenwert, keinen wirklichen gibt und dann eben auch der Vergleich mit den Tulpen aus den Niederlanden aus der Vergangenheit, das wird dann alles genannt. Ja, aber die Klugen unter den Personen sagen dann halt eher, okay, der Bitcoin funktioniert vielleicht in Zukunft nicht mehr, aber die Blockchain-Technologie, die dahinter eben entwickelt wurde, gibt eben eine gewisse Sicherheit eben auch für den Finanzmarkt in Zukunft und daher ist das ein sehr interessantes Fleckchen Erde, mit dem ich mich auseinandersetzen sollte. Und ja, wir haben dann natürlich weitere Big Player und Global Player, die sich dann mit dem Thema langfristig eben auseinandersetzen müssen. Die Frage ist, wann diese Global Player eben in den Markt einsteigen. Da geht es dann um Facebook zum Beispiel, Amazon, es geht um Ebay, es geht um Google und so weiter, die eben den Sprung eben zum Next Big Thing quasi nicht verpassen dürfen. Jedenfalls ist das meine Meinung zu dem Thema. Und ich glaube, wenn hier die Unternehmen, und die werden sicherlich sich schon längst mit dem Thema auseinandergesetzt haben, sich weiter mit dem Thema auseinandersetzen und darüber nachdenken, was sie eben entwickeln können, um das Ganze voranzubringen, das muss ja wie gesagt nicht unbedingt mit dem Thema Bitcoin zu tun haben, sondern es kann halt einfach auch einen Bezug auf die Blockchain-Technologie haben oder auch Smart Contracts und so weiter, dann würde das natürlich auch wieder eine super positive Entwicklung für die Allgemeinheit geben. Es gibt viele Benefits, die dadurch entstehen können und vor allem eben auch wieder, und das ist ja super interessant auch für uns Anleger, dass eben das Interesse an dem Thema Krypto einfach wieder stark steigt und dadurch natürlich auch entsprechend die Kurse weiter steigen, was uns wieder dazu befähigt, neue Renditen zu erwirtschaften. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Hier wird auch IBM und Oracle natürlich genannt, die sich mit dem Thema Blockchain und so weiter auseinandersetzen müssen, aber es gibt halt auch weitere Unternehmen wie zum Beispiel Goldman Sachs, die eben auch das ganze Thema eben weiter betrachten, weitere Personen eben einstellen, um hier eben neue Erfahrungen zu sammeln, um eben wie gesagt zukünftig nicht abgehangen zu werden. Das wäre natürlich fatal und das möchte sich natürlich kein Unternehmen leisten. Dann gibt es natürlich auch einige Personen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und sagen, naja, es gibt halt das Problem, dass wir halt keine Skalierbarkeit und so weiter haben. Hier muss man natürlich den Leuten auch wieder widersprechen. Es gibt nämlich kluge Köpfe hinter denen, beziehungsweise die im Markt eben unterwegs sind, die eben sich zum Beispiel mit dem Thema Lightning Network auseinandersetzen, um eben ja auch hier das Thema Skalierbarkeit der Blockchain eben zu gehen in gewisser Weise und das eben auch zu fördern für die entsprechende, für die Bevölkerung und so weiter, was also auch sehr, sehr interessant ist. Und ja, wir haben also hier einen großen Mix in diesem Antikel von vielen verschiedenen Meinungen, die eben darauf abzielen, darüber zu diskutieren, warum der Bitcoin tatsächlich nicht auf den Wert Null fallen kann, beziehungsweise warum er es wahrscheinlich nicht wird. Aber die meisten sind tatsächlich eher daran interessiert, das Thema Blockchain, die dahinter ja liegt, quasi mit in das Portfolio aufzunehmen und da eigene Dinge zu entwickeln. Wir haben ja auch Alibaba in der Vergangenheit häufiger in dem Kontext gehört, die ja auch mit Alipay ein eigenes Zahlungssystem haben. Und da ist es natürlich super interessant, hier das ganze Thema auch nochmal mit einzubauen. Also ich finde, das ist sehr, sehr interessant, den Artikel sich einfach nochmal in Ruhe durchzulesen, sich mit dem Thema hier weiter zu beschäftigen, weil wir hier viele sehr intelligente Köpfe auch mit haben, die hier zitiert werden, die sich in der Vergangenheit mal zu dem Thema geäußert haben. Und ich glaube, hier hat jeder, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, eben einen wirklich nachhaltigen Artikel, den er sich durchlesen kann, um auch in Zukunft besser auf die Situationen und so weiter, die in der Zukunft eben kommen, sich vorbereiten zu können. Von daher, ja, ich würde euch auf jeden Fall mal empfehlen, den Artikel durchzulesen. Ein paar Anregungen von meiner Seite bzw. ein paar Ideen habe ich jetzt gerade mal geäußert zu dem Thema. Was ist eure Meinung? Schreibt sie gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch dieses kurze und informative Video gefallen hat. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo dalassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Gut, ciao, ciao, bis die Tage.